Das britische Parlament hat einer Corona-Impfpflicht für Pflegekräfte in Heimen in England zugestimmt. Ab Oktober müssen Heimmitarbeiter zwei Impfungen gegen das Virus vorweisen. Allerdings votieren mehrere Mitglieder der konservativen Partei von Premierminister Boris Johnson gegen das Vorhaben. Sie kritisieren, dass die Regierung vor der Abstimmung keine Bewertung der Auswirkungen veröffentlicht hat. Gesundheitsstaatssekretärin Helen Wateli betont, die Regierung arbeitet daran. Zuvor hat bereits Frankreich eine Impfpflicht für Beschäftigte im Gesundheitswesen von September an erlassen. Kanzlerin Angela Merkel lehnt einen solchen Schritt für Deutschland ab. Die Corona-Krise hat in Großbritannien vor allem zu Beginn die Pflege- und Altersheime getroffen. Dort starben in den ersten Monaten der Pandemie fast 30.000 Bewohner, mehr als im Vorjahreszeitraum. Staatssekretärin Wateli kündigt Richtlinien an. Sie sagt, dass Heimbetreiber impfunwillige Beschäftigten eine alternative Arbeitsstelle anbieten können. Es gäbe allerdings nur wenige Jobs in der Branche, die ohne Impfung möglich sind. Pflege- und Ärzteverbände hätten vor einer Impfpflicht gewarnt. Auf ohnehin stark unter Druck stehende Branchen käme damit weitere Probleme zu. Die Impfpflicht gilt nur in England. Die Regierungen der anderen britischen Landesteilen Schottland, Wales und Nordirland, die für die Gesundheitspolitik selbst verantwortlich sind, haben keine entsprechenden Pläne.